Befindet sich China perspektivisch in einem ähnlichen Dilemma wie Russland? Peak China, Wirtschaft, Schwächel, Demografie, Autobürokratie. Wollen Sie Ihre globalen Ziele erreichen? Sollte bald geschehen. Das ist das, was unter anderem Sehem sagt. Dass China gerade der demografische Zusammenbruch beginnt. Das heißt, China hat bis dato die perfekte Demografie gehabt. Nicht langfristig, aber für den Moment. Es hat kaum Kinder und durch rapides Wachstum in der Zwischenzeit hat es eine große arbeitende Schicht. Das heißt, kaum Alte zu versorgen, kaum Kinder, um die man sich kümmern kann. Und wenig Kinder bedeutet, dass bei sehr vielen Paaren auch beide Partner arbeiten können. Perfekt. Für den Moment. Halt nicht langanhalten. Und jetzt ist es so, dass dieser Wulst an Arbeitskräftigen gerade ins Rentenalter kommt. Das heißt, mit jedem Jahr sind weniger Leute, die arbeiten können und die Kinder kommen nicht nach. Das heißt, der chinesische Kollaps hat begonnen, der demografische. Es gibt ja Berechnungen, dass Ende des Jahrhunderts nur noch 500 Millionen Chinesen übrig sein sollen. Wie weit es stimmt, wer kann das schon wissen. Und eine Diktatur hat vielleicht auch andere Möglichkeiten, noch auf die Demografie Einfluss zu nehmen. Aber zumindest aktuell sind es so Berechnungen. Und das heißt natürlich, ja, wenn all diese Probleme zusammenkommen, dann schließt sich irgendwann ein Fenster, in dem man zu Abenteuern in der Lage ist. Allerdings müssen wir natürlich so sehen, dass China durch die Ein-Kind-Politik einen kleinen Cheat-Code hat, wenn man so will. Denn die Chinesen haben massenhaft Mädchen abgetrieben, weil sie wollten, wenn sie nur ein Kind haben dürfen, sollte es wenigstens ein Junge sein, sodass ein Missverhältnis der Geschlechter ein überproportionales ist. Die Zahl ist, glaube ich, 70 bis 90 Millionen Männer seien ohne Partnerin. Und dann haben wir einen Kriegsindex, wenn wir so wollen, nach Gunnar Heinzsohn, einen künstlich erzeugten. Gunnar Heinzsohn hat in Söhne und Weltmacht vorgerechnet, dass besonders viele Kinder eine Wahrscheinlichkeit zum Krieg bedeutet. Er hat zum Beispiel vorgerechnet, dass Cortés oder sowas habe, ich weiß nicht, fünf, sechs Brüder gehabt, der Conquistador. Und dass es daran liegt, dass die Spanier zu einer Zeit zu viele Kinder hatten, das hat es ihnen ermöglicht, die Welt zu erobern. Das hat auch bedeutet, dass irgendwie der Bauernhof bekommt der älteste Sohn den Hof und dann sind sechs Söhne übrig. Und mit denen weiß man nichts anzufangen, aber im Krieg können sie irgendwie Großes erreichen, also ziehen sie in den Krieg. Und China könnte man jetzt argumentieren, hat das sozusagen sich durch diese Abtreibungspolitik erreicht. Denn wenn man zig Millionen Männer hat, die keine Chance haben, eine Partnerin zu finden, dann sind die vielleicht auch eher bereit, auf Raubzug zu gehen, wenn man so will. Und sind daher eher bereit, in einen Krieg zu ziehen, um so wenigstens an den Ruhm und den Wohlstand zu kommen, der ihnen dann doch noch irgendwie die Gründung einer Familie ermöglicht. Das wäre theoretisch noch ein Faktor, der da auch noch eine kleine Rolle mitspielen könnte. Aber prinzipiell gibt es diese Argumentation, die sie hier nennen, dass Chinas Zeitfenster, wo es den vollen Handlungsspielraum hat, dass das enger wird. Andererseits, wie gesagt, wir haben es mit einer Diktatur zu tun, die aktuell wohl ziemlich gut die Kontrolle hat. Die kann mitunter auch die Realität sich ein Stück weit zurechtbiegen, um einen Handlungsspielraum zu haben, auch bei ungesunder Demografie. Von daher würde ich mich nicht darauf verlassen, aber die Argumentation kenne ich. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Und dann schauen Sie doch mal bei uns aus dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Vielen Dank.